Mensch, Andi, schau mal, das ist aber mal eine gesunde Weizensorte hier. Na gut, und gesunde Sorten wird in Zukunft auch immer wichtiger. Ich meine, wenn du bedenkst, wie viele fungizide Wirkstoffe in den letzten Jahren weggefallen sind und was in Zukunft noch wegfallen wird. Das heißt ja, das Thema genetischer Pflanzenschutz wird ja zukünftig noch eine viel größere Rolle spielen. Ja, nicht nur das. Ich sage mal, Aussaattermine, Bodenbearbeitung, Fruchtfolgegestaltung, das wird immer wichtiger werden. Na ja, und über das Thema Düngeverordnung und Stickstoffdüngung gerade in den roten Gebieten wollen wir mal lieber gar nicht sprechen. Nee, das lassen wir lieber. Ich sage mal, prinzipiell müsste ja dann jede Winterweizensorte eine verbesserte Ernutzungseffizienz haben, oder? Ja, oder kurzum gesagt, im Weizenanbau zukünftig brauche ich eine Sorte, die robust ist, blattgesund ist und dabei noch hohe Erträge mit gesicherten Proteinwerten mit sich bringt. Mann, Lutz, das sind aber ein paar Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren im Weizenanbau haben. Ey, Lutz, was mein ich mit LG-Charakter? Ja, genau der kann das. Das muss ich mir merken. Guck mal, Andi, hier. GPD. Das haben wir ja auch bei LG-Charakter gesehen. Was heißt denn das überhaupt? GPD heißt geringere Rohproteinverdünnung bei gleichzeitig hohen Erträgen. Ach so, na ja gut. Steht ja hier auch, ne?